Auf der linken Seite seht ihr Kodi, auf der rechten Seite seht ihr ein Live-Bild meines Fritz Fohns. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was haben diese beiden Geräte miteinander zu tun. Das klären wir in diesem Video und wir klären auch, wie man das Fritz Fohn als Fernbedienung für das Mediacenter verwenden kann. Wer ein Fritz Fohn besitzt, der hat bestimmt schon mal im Menü gesehen, da gehe ich jetzt gerade mal drauf, dass es hier Internetdienste gibt. Und da ist sowas zum Beispiel dabei, wie Internetradio oder Podcast. Ich klicke jetzt mal zum Beispiel auf das Radio und wenn hier der komische Bug nicht wäre, dass ich nichts sehe, würde ich auch Radiosender sehen. Hier habe ich sie und kann die eben abspielen und kann die dann auf dem Fritz Fohn hören. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, da hinzugelangen. Ich gehe mal zurück wieder ins Menü und hier gehe ich jetzt auf Heimnetz und da gibt es dann die Funktion Media Player. Und hier kann ich dann den Fritz AV Media Server auswählen und hier habe ich auch wieder den Punkt Internetradio. Und jetzt sehe ich die ganzen Sender, die ich vorhin hier auch gesehen habe und kann die jetzt hier am Gerät abspielen. Warum gibt es das jetzt zweimal? Ja, streng genommen ist das nicht zweimal, sondern das sind einfach unterschiedliche Funktionen. Um das zu verstehen, gehe ich mal hier ein Stück zurück. Es gibt in meinem Heimnetz verschiedene Media Server bzw. Media Player. Die Fritz Box ist einer davon. Ich habe jetzt alle anderen mal abgeschaltet, dass es einfach hier übersichtlicher ist. Ich kann jetzt also zwischen meinen Media Server einen auswählen, von dem ich etwas wiedergeben möchte und könnte jetzt das zum Beispiel auf dem Fritz Phone hören. Einen Media Server habt ihr zum Beispiel in der Fritz Box wie gesagt oder im NAS, also das ist gar nicht so unüblich. Auch ein Fernseher kann ein Media Server sein oder eure Spielekonsole. Also das ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr unwissentlich schon einen Media Server in eurem Heimnetz habt. Wir haben natürlich jetzt die Sache Ziel und Quelle. Also das hier ist jetzt unsere Quelle, von dem möchten wir die Musik abspielen. Und jetzt ist die Frage, wo spielen wir die ab? So, dazu gehe ich einmal hier auf Optionen. Hier gibt es die Möglichkeit ein Ziel auszuwählen. Im Standard ist dieses Handgerät ausgewählt. Ich gehe da mal drauf. Tja, und hier seht ihr schon meinen Fire TV zum Beispiel. Auf dem Fire TV ist der ES Explorer installiert. Deshalb steht da ES. Kurioserweise unterstützt der Fire TV scheinbar UPnP nicht out of the box. Ihr mögt mich in den Kommentaren korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber das ist jetzt irgendwie so mein Kenntnisstand, dass man da eine extra App für braucht. Den ES Explorer würde ich übrigens nicht empfehlen. Also nicht davon täuschen lassen. Ich würde dafür Cody empfehlen, der kann das nämlich auch. Wir wollen jetzt ja Cody damit fernstellen. Und wie funktioniert das? Wir müssen immer unterscheiden zwischen Ziel und Quelle. Und ich will ja auf dem Cody etwas abspielen. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt hier sagen Ziel, Cody. Den sehe ich hier aber noch gar nicht. Ich lasse das jetzt mal offen. Und wir wechseln an den PC. So, dazu gehe ich mal hier in die Einstellungen. Und bei Cody gehe ich dann auf Dienste. Bei mir ist das jetzt der PC. Bei euch kann das natürlich auch euer Fire TV oder euer Raspberry Pi sein. Hier gehe ich jetzt auf UPnP und DLNA. Und im Standard ist das deaktiviert. Den Support aktiviere ich jetzt erstmal. Und ich deaktiviere mal die Bibliotheksfreigabe. Und wenn ihr jetzt schon gesehen habt, also was ich ganz witzig finde, das ist eigentlich live hier. Ich kann das hier aktivieren und deaktivieren und fast instant sehe ich das auf dem Fritz Phone freigegeben oder eben nicht. So, also Cody wird jetzt hier als Ziel angezeigt. Das wähle ich einmal aus. Das heißt, ich kann jetzt Dateien oder Streams, die auf dem Media Server auf der Fritz Box liegen, das kann zum Beispiel ein USB Stick auch sein, wo einfach Bilder drauf sind, kann ich jetzt schicken an meinen Cody, der installiert ist, auf meinem PC in dem Fall. Oder bei euch auf Fire TV oder Raspberry Pi. Das probieren wir mal. Ich gehe mal hier drauf und wähle jetzt einfach vordefiniert aus, weil ich habe ja Internetradios und Podcasts und so weiter. Und es ist ja auch tatsächlich ein Anwendungszweck, einfach damit Radio zu hören. Ich wähle jetzt einmal aus Deutschlandfunk zum Beispiel und starte den jetzt. Und Ton habe ich natürlich aus, aber ihr seht jetzt hier oben, dass anfängt Deutschlandfunk abzuspielen. Jo, das war jetzt schon die ganze Kunst. Mit einem Klick auf OK kann ich das Ganze pausieren. Sieht man jetzt auch hier oben. Und was ich noch machen kann und was auch ganz wichtig ist, ich kann das Fritz Phone jetzt so lassen und das würde abspielen. Aber wenn ich das Fritz Phone in der Zwischenzeit verwenden will, gehe ich mal hier auf die Optionen und müsste jetzt hier auswählen in den Hintergrund. Jetzt könnte ich das Fritz Phone wieder ganz normal bedienen und könnte natürlich auch am Media Player selber die Steuerung übernehmen. Gut, das ist das eine. So, ich gehe nochmal hier drauf und jetzt würde der wieder abspielen. Das andere ist, ich kann ja auch eine Bibliothek freigeben in Cody. So, das mache ich jetzt auch mal. Ich klicke mal hier auf Bibliothek freigeben und gehe mal hier wieder zurück. Und wir erinnern uns an Ziel und Quelle. Weil jetzt bekomme ich bei den Media Player nämlich auch mein Cody als Quelle angezeigt. Also ich könnte jetzt hier einfach, das Ziel ist ja noch der Cody. Ich kann jetzt also hier einfach meine Music Library einmal auswählen und wähle hier zum Beispiel Wieso aus. Und zack, kann das starten. Und das startet jetzt auch wiederum am Mediasender. Umgekehrt könnte ich das theoretisch natürlich auch jetzt auf dem Fritz Phone selbst abspielen lassen. Da gehe ich wieder auf Optionen. Beziehungsweise hier bringt es natürlich nicht viel, aber ich kann natürlich hier auf Optionen gehen und kann das Ziel ändern. Ich sage euch aber gleich, das wird jetzt nicht funktionieren. Auf dem Handgerät komischerweise bekomme ich dann eine Fehlermeldung, dass der Media Server nicht korrekt antwortet. Finde ich jetzt aber auch nicht dramatisch. Das ist eh überhaupt nicht mein Anwendungszweck, das so zu nutzen, sondern ich will ja zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Media Center habe wie Cody oder ich habe kabellose Lautsprecher, dann möchte ich natürlich einfach nur dem Fritz Phone sagen, schick mal von dem Media Server den ganzen Krempel dahin. So, die Bibliothek gebe ich jetzt nicht mehr frei und die verschwinde dann hier auch sofort. Aber ein ganz einfacher Anwendungszweck, den fast jeder von euch nutzen kann, ist halt einfach zu sagen, ich möchte Radio hören. Und das möchte ich natürlich jetzt nicht auf dem Phone selber, der hat jetzt ja nur eingeschränkt gute Lautsprecher, sondern auf irgendeinem anderen Gerät im Netzwerk. Sei es der Fire TV, sei es irgendein Receiver oder direkt euer Fernseher. Und wenn ich dann halt über die Optionen als Ziel dieses Gerät eben auswähle, dann kann ich einfach das Fritz Phone als Fernbedienung zum einfachen Radio hören benutzen. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt eine nützliche neue Funktion zeigen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten zeige ich euch im Abspann jetzt natürlich noch weitere Videos. Ansonsten zeige ich euch im Abspann.